Musik Michel Petrucciani, 1962 im französischen Orange geboren, gehört inzwischen zu den bedeutendsten Jazzpianisten der Gegenwart. Der aufgrund einer Knochenkrankheit zwergwüchsige Musiker begann im Alter von 15 Jahren seine Karriere in der Band von Kenny Clark. Auf seinem weiteren musikalischen Weg spielte er unter anderem mit Clark Terry, Lee Connets, Charles Lloyd und Stefan Grappelli. Beim Stuttgarter Jazzgipfel 1993 präsentierte er mit ungeheuer musikalischem Ausdruck und Vielfalt kunstvolle Arrangements und Improvisationen. Erleben Sie jetzt eine Solokonzert mit Werken von Duke Ellington, Thelonius Monk und Michel Petrucciani. Stuttgarter Jazzgipfel Untertitelung des ZDF, 2020 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 Applaus 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 like many of others of my colleagues, Mr. Duke Ellington. So I would like to play some of his music tonight. Thank you. Applaus Thank you. 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 And do a short one. Thank you. Thank you. There's a... Thank you. 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 Thank you.